Ach, da hinten ist ne Rosie. Die kommt doch grad hier hin. Pass auf, dann machen wir mal folgendes. Dann speichern wir doch einfach nochmal den Scheiß ab hier. Und kümmern uns drum. Sekunde. So. Wir hören die Schritte von Rosie kommen. Die bereiten uns ja am besten vor, indem wir so, ja, machen wir das am besten. Ein paar Proximity. Eins, zwei, drei. Und dann, ähm, so. Oh, ja, klar. Na, komm halt her. Nein. Oh man, die, die du's denen grad nur da ist. Oh, fuck, ey. Ja, bleib halt hängen. Oh, nee, echt nicht. Ich kann mich jetzt nicht um so'n Vogel hier kümmern. Lass mich die Künzen fotografieren. Ja, okay. Der galt aber eigentlich der Rosie hier. Oh Gott, ich bin ein bisschen falsch. Was? Nein. Okay. Was, was macht die eigentlich gegen Feuer? Mann, Alter, das gibt es einfach nicht. Meine Fresse. Na, nix falsch. Die haben wir ja schon früher geführt, ne? Ah, fuck. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja. Nein, nicht noch mehr Gegner. Nein, kein, kein. Scheiße, bin ich gekommen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, voll ins Maul. Oh, ja, setzt doch hier eine vor, die Elende. Was für hier? Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Getherless-Garden gehen. Ich bin hier total falsch. Und ich verlaufe mich hier ständig in diesem Irrgarten hier. Der muss ich noch hacken. Verdammt. Oh, der ist schwer. Oh, 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 oh. Ey, ich hab... Mir fehlen jetzt schon die Teile, die ich brauche. Der hier. Meine Güte. So, nein. Und so hat hier ganz... Wäre toll. Und so was hier. Und so was hier. Und so was hier. Fertig. Davon haben wir noch. Oh, wir haben noch gar keine Little Sister. Wir haben noch gar keine Little Sister. Sister gescannt, ne? Das muss man noch machen. Aber was wollte ich eigentlich? Ich wollte eigentlich... ...was anderes. Hier waren wir schon gut drinnen, ne? Warte mal. Aha. Wusste ich doch. Irgendwas war hier noch drin. Was war mir drin gelassen? Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wow. Aber ich muss schon sagen... Also man ist ja hier irgendwie schon... ...sehr konzentriert bei der Sache. Ich bin hier so im Fluss drin, also ich bin hier so im Fluss drin, dass ich überhaupt nicht merke, was ich rede. Ich sage halt, oh, 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 oh. Haha. Nice. Nice. Oh, was ist das? A save for girls in... ...neu engineering? Mh, nee. Äh, Hacking, Saves and Combo Locks. Naa, nee. Jo, du warst da. Wir haben 320, das haben wir gebraucht. Also, Plasmid Slot oder nur ein Physical Engineering Combat. Brauchen wir alles. Brauchen wir alles. Ähm, ich würde den da ganz klein nehmen. Mh, da müssen wir uns noch überlegen, was da noch reinpacken. Ähm, noch ein Curl zu übernehmen. Engineering. Physical. Keine Ahnung. Wie war denn da? Eve Upgrade und Health Upgrade, boah, die brauchen wir alle. Combat, Engineering, Physical. Ähm, noch ein Physical. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm. Ähm, ähm. Eve Saver. Oh, Plasmid Useless Less Eve. Physical One. Okay, alles klar. Das ist so wichtig. Eve Link, dann lieber ein Eve Link, ne? Äh, ja. Vending Expert. Ähm, ist auch nicht schlecht. Machine Buster, nicht so sehr. Human Inferno. Death Damage from Fire. Nee. Ich glaub, das ist ganz geil. Electro Boat 2. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Geld habe, aber du könntest mir ruhig mal die Beschreibung geben. Macht der mehr Schaden oder sind die länger ein... sind die länger... zappeln die länger rum? Wo ist der Unterschied? Wäre schon ganz, ganz cool zu wissen. So, wir hätten jetzt noch 60 und... Ähm. Ähm. Später. So. Okay. Dann... würde ich eigentlich schon nochmal ganz gerne einen... Ähm. Das hier, sowas aussuchen. Gut, alles klar. Also, haben wir hier alles, was wir haben wollen. Ähm. Börbörbörbörb. Zurück. Ähm. So. Ja. Okay, pass auf. Eve Link. Nein. Zeig mal doch mal, was ist das denn? Ach so. Äh. First Aid Kit. Äh, Eve Link. Ja, haben wir. Medical Expert. Slightly mehr Gesundheit. Was ist das hier nochmal? Every time you hack something, you gain little health than Eve. Es ist eigentlich super cool, weil wir hacken die ganze Zeit. Aber vielleicht möchten wir das trotzdem austauschen. Gegen... Na, das ist so ein bisschen Luxus mit dem schneller laufen. Das nächste mit das... Das gefällt mir, glaub ich, da besser. Weil, ich finde wir bekommen viel zu wenig. Und was war das nochmal? Ach so. Ähm. Das ist natürlich auch voll super. Maybe... Äh, first Aid Kit. Naja, müssen wir mal schauen, im Laufe der Zeit. Ach so, let me hack something, you gain little health and Eve. Neee. Also, entweder das hier, oder... Oder das. Was nehmen wir denn häufiger zu uns? Diese Snacks? Oder... Oder die... Die Kids. Mehr Kids, ne? Hm. Bin da hin und her gerissen. Was ist... Was war denn... Was war das denn jetzt nochmal? Ach so. First Aid is also Eve. Das ist gut. Der Eve Link ist gut. Ähm. Das würde ich gerne gegen 1 zu den beiden austauschen. Lass uns das mal ausprobieren. Gucken, wie... Wie groß der Unterschied ist. Das würde ich gerne wissen. So. Hier... Das hier ist Shorten Alarms. Nee, das... Das brauchen wir nicht. Safe Cracker. Äh... Ja, dann eher das hier. Ähm. Und dann haben wir hier noch... Hier haben wir noch 2. So. Das ist ganz gut. Das ist nicht so wichtig. Ranch Lurker. In meinen Fallen lieber das hier. Okay. Ja, wir hätten hier... Hier... Den hätten wir nicht investieren müssen. Das... Das nächste Mal investieren wir... Eher in... Hier rein. In... 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 In die Physical Sachen. Oder... Äh... In die Plasmide. Dass wir mehr Plasmide tragen können. Vier reichen eigentlich, ne? Hm. Also, vier reichen da erstmal vollkommen. Ich würde gerne hier nochmal einen investieren. Und danach... Einfach mal gucken. Achso. Ja, hier auch, ähm... In die Plasmidverbesserung würde ich auch investieren. Sowas wie... Stufe 2 von den einzelnen Dingern. Da sollten wir auf jeden Fall viel sparen. Ich hab die Rosie fast übersehen. Okay. Jo. So. Alles klar. Ähm... Nichts ans sharpenen... Über thing so bad! Nö! In das Кор não, ich habe das Geldázium, wegneet sich.... Irgendwann! Solange nicht sein. Aber Ozzyast! Bei uns sind. ланger es geht es geht es geht es geht es geht es ein ein Oh mein Gott. der Markt ist oh mein Gott ich weiß, ich laufe hier nochmal oh, zurück nein! wo habe ich den geschossen? oh mein Gott, nein ich habe doch eh gedrückt ganz, ganz sicher habe ich das jetzt weggeschossen ich hatte jetzt einfach nur den Eindruck deswegen muss ich nochmal zurück, dass ich hier irgendwie okay irgendwie nur die Hälfte gesehen habe wir sind halt von hier gekommen hier ist ja der Tea Garden so und hier habe ich das Gefühl, haben wir nur die Hälfte gesehen hier ist Farmers Market weil hier waren wir doch noch gar nicht doch, hier waren wir wohl okay okay, also hier aha so schließt sich der Kreis also ach so ach so ich hätte gerne das Ding hier da da müssen wir noch was finden der ist einfach den können wir hacken aber wir brauchen das hier oh Gott brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht äh äh das brauchen wir krass ähm ja so geht es im Prinzip auch oder so so, Automatic Hack Tool ähm können wir zweifel stellen brauchen wir das mal meinetwegen langweilig so, ich möchte es langweilig ein bisschen vorankommen was 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 das oder so was das war was war 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 Ja klar, ja klar, was war das denn? Okay, also hier nicht, sondern wir wollten zu dieser Wasserfallgrotte. Genauer gesagt, hier lang. Oh Gott, wer sieht mich hier? Wow, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Ja, mach, bringt mich um, ist okay, alles gut, bringt mich um. Ich hab keine Lust, um den Klang wegzulaufen vor euch. Nein, das ist ruhig auch nicht. Alice, das ist mir zu doof. Okay, so, dann ist weg. Ich habe gar nicht gesehen, wo wurde ich überhaupt beobachtet. Hier ist rotes Licht. Da hin. Okay, alles klar. So, und jetzt hier. Keine Ahnung, ob das so gebrannt hat, äh gebracht hat. So. So. Ja, interessant. Kann man das gerne runter? Oh Gott. Oh Gott. A dead cat. Nein, keins geraten. Ach. Zeigefinger manchmal schneller als... Das ist nicht. Andere Dinge. Ich kann nicht glauben, wie viele Dinge verändert haben, seit ich Dr. Steinmanns Office left. Es ist so, dass ich noch nicht mehr RAPTURE kenne. Ich höre, die Leute in Polis Square waren. Ich fragte Ryan, wie konnte er solche Dinge mit Innocent tun? Er sagte... Innocent. Wenn sie nicht gewählt haben, um die RAPTURE zu schützen, haben sie gewählt, um mit Atlas und als Bandits zu sein. Es gibt also keine Innocenten. Es gibt Heroin und es gibt Kriminale. Auf. Wow. Starke Worte. Starke Wand. Was? Trashcam. Kann ich kurz sagen. Frag's immer den mal ein. Yeah. Okay. So. Hör mal kurz. Was? Kurz und schmerzlos. Fuck da. Wenn die Rosagel blüht, dann bin ich nicht mehr in der Arbeit. Hör mal kurz. Alles klar, ich bin weg. Aber jemand muss einen Weg finden, um diese Samplen zu schauen. Sie sind sehr wichtig. Ah. Das ist das Ding. Okay. Mein... Lohnt sich... Pass auf. Es lohnt sich halt voll nicht, das Ding überhaupt noch. Okay. Ja. Das ist kaum hier irgendwie. Gin Bank. Oh hier. So ein Junkie. Dolaros. Hab ich eben gerade eben nicht nehmen können. Ähm. Ähm. Das haben wir ja... Diese Rückwand haben wir ja von da hinten aus gesehen. So. Ne. Ich glaube in der Jim Bank muss man gerade nichts machen. Wir haben ja gerade eben quasi Sachen ausgetauscht. Ähm. Dann haben wir hier eigentlich auch alles gesehen. Das ist richtig so. Ja. Dann können wir... Können wir jetzt mal echten Fortschritt hier wieder machen. Nach... Nachdem wir hier alles, äh... Gelütet haben. So. Die reguläre Munition rein. Und... Weiter geht's. So. Ähm. Wortefalle Grotto. Ich glaube in Kreisung. Ähm. Witzigen RPG haben wir auch fast vergessen. Ähm. Nein. Hier wollen wir nicht rein. Farms Market. Rolling Hills. Genau. So. Ich glaube hier ist der Ort wo wir eigentlich weitergehen wollen. Speichere ich direkt einmal ab. Ähm. Ein Little System haben wir ja noch am Start. Die wollen wir auf jeden Fall noch machen. Okay. Woah. Dude. stepping damit. Ich bin... Ich bin... oh. Oh shit! It's my turn! Ah! Guess who walks in here? Ah! 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 So, target speistered. C. Increased damage. Sehr gut! Hey! Ah! 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 Lethargisch... Wie gesagt, das ist... Ich hab die immer so als Kanon-Kletter verstanden. So! Und dann hacken wir da mal den Shit hier. Okay, also ein bisschen beeilen, was man setzt hier. So, hier hoch. Okay, hier geht's auf jeden Fall lang. Ähm... Hier hoch... Und dann rechts rum wär gut. Dann einmal... Den hier... Nein! Hier... Hier... Und... Fertig! So, hoffentlich hilft der uns ein bisschen. Das wär ganz nett. Haben wir ihn gelootet? Nein, noch nicht. Jetzt aber schon. Und irgendwie sind die... Äh... Ist... Ist diese Verbesserung... Von dem... Also, die Potatochips haben jetzt gar nichts gebracht. So. Und... Vielleicht geh ich doch eher so in die Richtung... Äh... Verbesserung der... Der... Der Gesundheit. Das sieht doch hier... Höchst... Guck mal, da hinten ist eine Höhle. Und ich seh... Ich seh auf jeden Fall so ne... So ne Box. Aber wir kommen hier nicht weiter. Naja... Mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Fände ich ja ganz nett. So... Okay... Ähm... Liegt hier auf dem Dach noch was? Ja, guck mal. Jawoll. Okay. Losi. Noch mehr Losi. Kriegen wir eigentlich noch mehr daraus? Ja. Moment. Dann kriegen wir es noch voll. So, jetzt ist das natürlich jetzt sehr anstrengend. Tut hier uns überhaupt was, solange wir sie nicht angreifen? Nein, tut sie gar nichts. Ach so. Ach so. Ach so. Und die hat auch gar keine... Little Sister in der Päck. Die Minute wir hierher kommen, Masha starten screaming. Mama. Mama. Was ist das? Was ist das? Ich dachte, sie... war eine Art Seizur. Und dann habe ich das Gefühl, Tres. 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 Tres Heroes. Ich habe drei Wälle gesehen. Nun woher kommen können. Ich dachte, sie waren Monster. Oh, Sami. Vielleicht hätte ich nie ein paar in diesem Ort gekommen sein sollen. Ok Guck mal, wir konnten, hier sind so komische Puppen Die man, äh Ich bin nervös Ah, ok Ja, ich bin nervös Ok Wo ist die Ratte? Panja Verrecke Ok, also irgendwie Keine Ahnung Wir haben hier einen komischen Ort gefunden Hm Ist mehr Chloro für Öl Ach, die Batterie Ah, ok So, jetzt, ähm Ja, ok Wir haben noch eine Menge, ähm Schriftelt Munition, aber Ich hab das Gefühl, wir haben auch relativ lange keine Neue mehr gefunden Und hier hatte ich so den Eindruck, dass Äh, äh In den ersten Bereichen Ah Oh 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 Oh